Willkommen im Erlenbad-Resort, Ihrem neuen Zuhause. Das Erlenbad-Resort bietet Ihnen nicht nur ein komfortables Zuhause, sondern auch ein breites Dienstleistungsangebot, das Ihr Leben maßgeblich bereichern wird. Von kulinarischen Genüssen über kulturelle Erlebnisse bis hin zu Gesundheits- und Wellnessangeboten. Hier finden Sie alles, was Ihr Herz begehrt. Regelmäßige Veranstaltungen, Ausflüge und Workshops inspirieren Geist und Seele. Der Residence Club Erlenbad bietet darüber hinaus weitere exklusive Vorteile, wie einen Shuttle-Service, Nutzung der Golf-Cards, kostenfreie oder vergünstigte Kulturveranstaltungen und den Concierge-Service des hauseigenen Restaurants Villa Erlenbad. Unsere exklusiven 5-Sterne-Residence-Apartments bieten Ihnen nicht nur ein Zuhause, sondern auch Sicherheit, Komfort und Behaglichkeit. Jedes Apartment ist liebevoll gestaltet, um Ihnen ein elegantes und angenehmes Zuhause zu bieten. Egal ob gemütliches Zwei-Zimmer-Apartment oder großzügige Vier-Zimmer-Residence-Suite, im Erlenbad-Resort finden Sie die perfekte Wohnlösung, die zu Ihrem Lebensstil passt. Das Erlenbad-Resort begeistert auch kulinarisch mit dem hauseigenen Restaurant Villa Erlenbad. Hier geht es um mehr als nur Essen. Es geht um die Freude am Genuss, geselliges Beisammensein und geschmackvolle Sinnesreisen. Frische und hochwertige, größtenteils lokale Zutaten sorgen dafür, dass jede Mahlzeit nicht nur lecker, sondern auch gesund und nachhaltig ist. Für unsere geschätzten Bewohner bieten wir exklusiv unsere Vital-Verpflegungs-Packages an. Sie haben die Möglichkeit, monatlich zwischen Frühstück, Halb- oder Vollpension zu wählen. Und für diejenigen, die das Essen in ihren eigenen vier Wänden bevorzugen, bietet unser Concierge-Service die Möglichkeit, Ihr Menü direkt in Ihr Apartment zu liefern. In der ressort-eigenen Klosterkirche finden regelmäßig Veranstaltungen statt. Von Konzerten über Ausstellungen bis hin zu Lesungen. Kultur ist das Herzstück einer lebendigen Gemeinschaft. Daher bieten wir vielfältige Aufführungen von klassischen Klängen bis hin zu modernen Melodien. Unsere Kulturveranstaltungen schaffen ideale Gelegenheiten, sich zu vernetzen, alte Bekannte zu treffen, neue Freunde zu finden und unvergessliche Momente zu teilen. Das Gesundheitszentrum des Erlenbad-Ressorts widmet sich ganz Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden. Unser Experten-Team bietet eine breite Palette von Gesundheitsdienstleistungen, von Dermatologie über Physiotherapie bis hin zu Ernährungsberatung. Im Erlenbad-Ressort haben Ihre Sicherheit und Ihr Wohlbefinden unsere oberste Priorität. Deshalb bieten wir Ihnen optional einen ambulanten Pflegeservice, der Ihnen bei Bedarf 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Sicherheit und Unterstützung bietet. Unser modern ausgestatteter Fitnessraum ermöglicht individuelles Training für Ihre Gesundheit und Fitness und die nahegelegenen Golf- und Tennisanlagen lassen keine Wünsche offen. Der exklusive Wellnessbereich lädt zum Entspannen und Seele baumeln lassen ein. Gönnen Sie sich Momente der Erholung und lassen Sie sich mit einer entspannenden Massage verwöhnen oder besuchen Sie unsere Yoga-Kurse. Für Ihren perfekten Look sorgt unser Styling-Team im Ressort-eigenen Friseursalon und Kosmetikstudio. Sie sehen, das Erlenbad-Ressort ist ein Refugium des Wohlbefindens, welches keine Wünsche offen lässt. Das Erlenbad-Ressort ist nicht nur der schönste Ort zum Leben, sondern auch ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die Umgebung. Hier eröffnen sich unendliche Möglichkeiten, Ihre neue Heimat zu erkunden und unvergessliche Eindrücke zu sammeln. Nur einen Katzensprung entfernt liegt zum Beispiel die elegante Kurstadt Baden-Baden mit ihren Thermalquellen, dem Casino und dem Festspielhaus. Erkunden Sie Straßburg mit seinem imposanten Münster und der malerischen Altstadt und tauchen Sie ein in die natürliche Schönheit des Schwarzwaldes. Genießen Sie die Weite der Rheinebene mit Ihren Weinbergen und malerischen Ortschaften. Im Erlenbad-Ressort verschmelzen Lebensqualität, Komfort und Fürsorge nahtlos miteinander. Hier finden Sie nicht nur ein neues Zuhause, sondern eine Gemeinschaft, die auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten ist. Denn wie sagt man so schön? Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Lassen Sie uns gemeinsam eine schöne Zukunft gestalten und das Erlenbad-Ressort zu Ihrer neuen Heimat machen.